Hi, ich bin Silke. Hi, ich bin Christoph. Zusammen haben Christoph und ich Treasure Running Outdoor in Freiburg und in Lörrach. Heute sind wir da, um euch zu sagen, dass aus City Sport Lörrach Treasure Running Outdoor wird. Aber keine Sorge, außer dem Namen ändert sich nichts. Es bleibt alles gleich. Wir beraten im Laufschuhbereich, im Wanderschuhbereich. Wir geben Tipps bei Hochtouren, beim Marathontraining, beim Mittelstreckentraining, beim 10.000 Meter Lauf, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Wenn man eine Frage hat, will bei uns nichts einkaufen, kann man sich auch bei uns informieren und auch Tipps bekommen. Wir werden in Zukunft genauso beraten, wie das in den vergangenen Jahren war. Und wir haben auch ein Bahntraining, Lauftraining, Mittwochabend auf der Bahn. Wir haben die normalen Lauftreffs und haben alles so, wie es überhaupt war in den letzten Jahren. Wir freuen uns auf euch. In Freiburg und in Lörrach kommt einfach rein. Bis dann. Wir freuen uns auf euch.